Antoine Rouillet, herzliche Gratulation! Sie stehen im Finale dank Ihrem Siegtreffer. Haben Sie das schon realisiert? Ja, nein, es liegt nicht an diesem Treffer. Es liegt... Es liegt an dem Team, wir haben wirklich... Es ist... Mir fehlen die Wörter, aber... Es war wirklich eine enge Serie. Und das Team hat unglaublich gekämpft. Wir haben gesehen in der Overtime... Es hat jedes Mal kleine Details... Es hat es geschafft, es ist super. Ich weiss auch nicht, wieso in Hochdeutsch stehen. Da können ja tipptopp Schweizer sein. Wenn Sie jetzt zurückschauen, eben auf die Saison. Wir haben es vorhin mit Urbain besprochen. Ihr habt schwierige Zeiten gehabt. Trainerentlassung und so weiter. Verletzte und so weiter. Dass es jetzt für das Finale gelangt hat, was sagt Ihnen das über die Mannschaft, über den Verein auch aus? Ja, ein riesen Charakter. Wir sehen, was für ein Potenzial wir haben. Wir haben es gewusst. Und das war das Schwierigste am Saison. Es war frustrierend. Die ganze Saison hatten wir... Wir hatten viel Potenzial. Aber wir können es nicht auf dem Einspringen. Und jetzt... Heute haben wir es gebraucht. Und es ist der Final. Und das ist... Es ist super. Danke vielmals. Und nochmal herzliche Gratulation. Antoni und Juli. Merci. Danke vielmals. gruppe! Das ist cool. '. Bu- チロ、